Wangenaufbau natürlich ist heute das Thema und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Behandlung. Unser Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie hat hier gerade schon mit der Behandlung begonnen und hierbei über Thyroidonsäure in die Wangenknochen verteilt, um diese etwas zu formen und natürlich auch zu vergrößern. Das sieht nämlich immer ästhetisch schön aus.